Hallo und herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das Schiff, was wir hier sehen, das ist unser neuer Pulsar, schwerer Angreifer, mit seinen insgesamt sechs Geschützen zu sehen. Zwei oben über dem Cockpit und jeweils zwei an den äußeren Flügeln oder Pylonen. Das ist wunderbar. Sieht wirklich beeindruckend aus. Ein schönes Schiff. Cockpit, sehr exponiert. Da hätte ich Angst, wenn ich wirklich drin sitzen würde. Unter schwerem Beschuss, aber eine Durchsage. Umgehend vaporisiert. Ja, das sind ja Aussichten. Okay, gut. Ja, hier die Triebwerke. Deswegen halt auch teuer, weil das Ding hat drei Triebwerke. Ich bin mal gespannt, wie es sich fliegt. Bevor ich es fliege, möchte ich euch aber eine Sache noch zeigen. Und zwar, ich bin mit dem Zerborus hierher geflogen mit unserem, ähm, ja, mit unserem dicken Schiff, das da hinten steht. Und ich glaube, ich gehe da mal kurz hin. Ich möchte euch nämlich was zeigen. Ich habe was rausgefunden. Natürlich auch dank der Kommentare so ein bisschen, aber insbesondere auch ein bisschen durch Experimentieren. So, da steht er. Oben auf dem Deck steht das kleine Schiffchen. Und jetzt zeige ich euch mal was ganz Tolles. Ähm, viele von euch werden jetzt sagen, ha, ist doch nichts Neues. Das kennt doch jeder. Aber einige vielleicht auch nicht. So, hier sind unsere Schiffe. Also wir stehen hier. Da ist unser Pulsar Angrafer, der gleich noch einen neuen Namen bekommt. Und hier ist Drackner und Frogiton, unsere beiden Schiffe. So, wenn ich jetzt, jetzt mache ich das mal so meinen Besitz. Ah, war schon. Also, Frogiton. Äh, hier sieht man, dass Drackner an Frogiton angedockt ist. Und wir können jetzt hier Rechtsklick machen auf Drackner und sagen, in internes Lager packen. Und dann passiert sowas. Ist das nicht wunderschön? Ich habe nie verstanden, als ich die Kommentare dazu gelesen habe, dass man das Schiff auch innen hineinpacken kann, was damit gemeint ist. Weil ich habe, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Jetzt könnte da, ich glaube, kann da noch ein zweites Schiff drauf docken? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, oder? Das wird ja sonst wenig Sinn machen. Nun ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt auf meinen Besitz gehen, werden wir sehen, dass das nicht nur angedockt ist, sondern halt auch, ja, obwohl es ist, ist immer noch angedockt. So, und wieder rausholen geht auch. Also wenn ich jetzt hier in internes Lager packen sage, dann wird das große Schiff hier auf der Station in ein internes Lager verbracht. Das möchte ich eigentlich nicht... Verzeihung. Sondern ich möchte ja das Schiff wieder rausholen. Puh, ja, okay, wartet mal. Dann packe ich das jetzt mal kurz ins internen Lager. Okay, wir wollen es das ja auch nochmal ansehen. So. Runter gefahren. Da geht der Deckel zu und dann kann da ein weiteres Schiff docken. Den geht zumindest, dass da jemand docken darf. Wozu sollte das sonst gemacht werden? So, jetzt saust da noch irgendwie so eine Plattform drüber her. Keine Ahnung, was die da macht. Okay, so, jetzt müssen wir das Schiff da wieder rausholen. So, die Frogiton, das große Schiff, hier kann ich nämlich jetzt sagen, vom internen Lager wiederholen. Und da wird es auch wieder rausgebracht. Sieht schon gut aus, ne? Es hat schon was. So. Und da steht es wieder da. Jetzt ist es andersrum. Es hat sich gedreht. Ist uns aber wurscht. So, und jetzt, ähm, klicke ich natürlich... Also, ich habe dazu auf Frogiton geklickt. Jetzt klicke ich auf Dragner, weil ich will ja Dragner wieder rausholen. Aber ich habe hier nicht den Befehl, es wieder rauszuholen. Na nun? Haha. Ähm. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß gerade nicht, wie wir das wieder in Ordnung kriegen. So, ich bin natürlich nicht weit genug gefahren. Ich mache einfach das hier. Wir gehen zum Pulsar Angreifer. Pulsar Angreifer. Und das Pilot, Captain Davin O'Reist. Und wir geben dem Schiff jetzt erstmal einen neuen Namen. Hier ist wohl jetzt ein ziviles Schiff. So, Pulsar Angreifer. Information. Der Name ist natürlich wieder einer der Unterstützer. Oder Unterstützerinnen. Und jetzt habe ich dummerweise gerade die Liste nicht hier. Einen Moment. So, und jetzt ist die Liste da. Zeranfeld. So. Ah, da ist das kriminelle Schiff gerade zerstört worden. So, vielen Dank auch für deine Unterstützung und herzlich willkommen. Du bist hier in diesem Spiel verewigt. Und jetzt starten wir mit Zeranfeld. So einen Pilot aufstehen lassen. Ja, guten Tag. Dann dürfen wir. Das ist die Cockpit-Ansicht. Und jetzt docken wir ab. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich dieses Schiffchen fliegt. Boah, auf jeden Fall haben wir gleich mal die sechs Zielerfassungspunkte da. Ich hoffe, dass die Zielerfassung jetzt an ist. Und wir fliegen mal raus. Im Moment gehen die Punkte nämlich da zum Maus. Das werde ich gleich durchfeuern, wenn ich außerhalb der Station bin. Einmal korrigieren. So. Also Leute, wenn das mal nicht mächtig ist, dann weiß ich es nicht. So, und dann? Lass ich mir mal schauen. Ich dachte, ich hätte noch... Taste belegt hier. Aber das funktioniert jetzt nicht. Egal. Wir machen jetzt Missionen weiter. Damit wir dieses Schiff testen können. Und natürlich am liebsten etwas mit Wumms. Schauen wir mal. Trivial. Argonen gegen Szena. Und das sind noch die Argonen. Wir müssen jetzt im Grunde nicht mehr unbedingt für die Antigonen weiterarbeiten. Zumindest nicht mehr. Also unsere Zielsetzung haben wir halt schon erfüllt. Was ist denn hier? So, Argonen gegen Szena. Und aufgrund unserer großen Nähe zum Raum der Szena suchen wir nach Freiwilligen... Wir werden Ihr Inventar scannen. Ich bin ja schon gestoppt. Äh, die helfen unsere Grenzen zu sichern und alle Szena und Übergriffe zurückzuschlagen. Es gibt viele Aufgaben zu erledigen, aber... Alles in Ordnung. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Daher gibt es Bedarf an vielen unterschiedlichen Fähigkeiten. Melden Sie sich noch heute. Ja, wir nehmen das mal an. Ah! Mir wird die Linie wieder angezeigt. Sehr schön. Das ist schon mal gut. So, und wir haben ja auch aktive Missionen. Müssen wir kurz schauen. Ne, wir haben nur noch diese eine Mission. Ja, genau. Wir anderen das Problem mit dem Zurücksetzen. Gut. Okay. Die Zielerfassung, die sollte jetzt übrigens so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Zumindest in der Theorie. Das sieht ja schon ganz gut aus. Wir fliegen zum Highway. Eben Reisemodus. So, Cockpit-Ansicht. Jetzt, wo man das nochmal mit orange geheiligt hat, sieht man es noch besser. Ist eigentlich ganz gut. Sichtfeld ist groß. Die Streben sind ein bisschen störend. Aber kommt man, denke ich, mit klar. Und man kann übrigens auch die komplette Cockpit-Ansicht ausblenden. Dann hat man nur noch diese blau leuchtenden Interface-Elemente. Das finde ich aber nicht so schön. Da geht die Immersion für mich ein bisschen kaputt. Deswegen mache ich das nicht. So, ab sofort keine Raketenwerfer mehr hier. Und nochmal zur Erinnerung auch. Ach, wir schwenken direkt zum Tor ein. Da muss ich nicht kompliziert auf den Highway drauf. Kompliziert. Denkt euch die Gänsefüßchen. So, wir hatten doch irgendwo eine Mission entdeckt, dass wir uns dieser Hatigwa-Allianz anschließen sollten. Das war aber halt bevor dieses Safe-Game nicht angelegt wurde. Vielleicht kriegen wir die wieder, wenn wir wieder im Argonen-Raum sind. Weil Hatigwa grenzt ja direkt daran an. Schauen wir mal. Erweiterter Satellit. Sprungtor. Die Leere. Schwupps, sind wir durch. Erreiche System. Die Leere. Es geht weiter. Und dorthin. Mammut. Verteidig. Sprungtor. Weiter Kontakt. Wir sollen sogar bis nach Hatigwas Entscheidung fliegen. Jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Es sind noch viele kleine Bröckchen dabei. Die werden aber erst kurz vorher angezeigt. Ich glaube, nur die großen Brocken sind ein Problem, wenn wir dagegen fliegen. Wow. Da sind wir aber haarscharf. Erreiche System. Weiter Kontakt. So, auf den Highway. Wait. ... ... ... ... ... So, jetzt müssen wir mal ein paar Sprünge machen. Ach ja, unsere Miner. Ich wollte immer noch die Miner mal in Ordnung bringen. Ich bleibe hier einfach auf dem Highway drauf, bis wir hier ankommen. Dann müssen wir da runter und da oben hinspringen. Wo wir die ganzen Satelliten stehen haben. Da ist übrigens noch eine unbekannte Station, die ich nicht aufgedeckt habe. Hier sind ganz viele Missionen für uns. Jetzt machen wir aber erstmal den Einstieg. So, ich bin zu früh raus. Ist nicht schlimm. Wir müssen da rein. Das Schiff lässt sich angenehm steuern. Und so viel kann ich auf jeden Fall schon sagen. Und da sollen wir docken. Mit Yatima Paré sollen wir sprechen. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Xenon-Krisen-Besprechungsraum. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die Aufgabe, die wir bekommen... Also es stand ja trivial, aber da geht es wahrscheinlich nur um den ersten Schritt hier. Wir hoffen, dass die Missionen danach nicht übermäßig schwer werden. Schauen wir mal. Ich bin hier, um bei einem Kampf gegen die Xenon zu helfen. Meine Aufgabe besteht darin, unsere Bemühungen gegen die Xenon zu koordinieren. Aufgrund der Bedrohung, die sie darstellen, können wir jede Hilfe gebrauchen. Dass sie hier sind, bedeutet, dass sie als herausragender Bürger der Argonischen Föderation angesehen werden. Es gibt einen großen Bedarf an Piloten, wie sie einer sind. Die Xenon waren schon immer eine unserer größten Bedrohungen. Viele sehen in ihnen eine Naturgewalt. Etwas, das wir überstehen und überleben müssen. In Wahrheit bedeutet ihre Existenz jedoch Krieg. Wir können nicht einfach jeden vorbeifliegenden Piloten auf den Feind jagen. Jeder potenzielle Rekrut durchläuft zunächst eine Bewährungsphase. Wir müssen jedes Gefecht gewinnen oder sie überrennen uns. Ich bin mir sicher, dass ihnen das bewusst ist. Andernfalls wären sie wohl kaum hier. Lassen sie uns loslegen. Noch irgendwelche Fragen? Ja? Der Umfang der Aufgaben ist vielfältig und reicht von Kampfeinsätzen bis zu Konstruktionsarbeit. Je nach Situation werden sie aus einer Reihe von Aufgaben wählen können. Sie werden nach Beendigung jeder zugewiesenen Aufgabe bezahlt. Ein Bonus kann ebenfalls gewährt werden. Was kannst du mir darüber sagen? Die Xenon sind eine Rasse intelligenter, sich selbst reproduzierender Maschinen, die in unserer gesamten Geschichte eine drohende Gefahr dargestellt haben. Sie wurden ursprünglich von den Terranern erschaffen, um den Weltraum zu erkunden und Planeten zu terraformen. Doch der Preis, künstliche Intelligenz kontrollieren zu wollen, ist hoch. Und nun, Jahrhunderte später, versuchen wir immer noch, ihren Fehler zu beseitigen. Jedoch wissen wir nicht, wie weit sich die Xenon im Universum ausgebreitet haben. Alles, was wir aktuell machen können, ist auszuhalten und ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Jede andere Regierung, ob mit uns verbündet oder nicht, sieht sich der Bedrohung durch die Xenon ausgesetzt. Es ist die einzige Sache, in der wir uns alle einig sind. Wir hatten sogar einmal einen kurzzeitigen Nicht-Angriffspakt mit dem Heiligen Orden, als wir von den Xenon angegriffen wurden. Noch irgendwas? Ja, fangen wir an. So, wir müssen Xenon M zerstören. Ich werde hier den Teleporter nutzen und... Hallo. So, und jetzt schaue ich mir erstmal die Mission etwas genauer an. Ernsthaft. Easy. Also, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriegen wir gar nichts hin. Wo ist der Schuft? Da unten. Der wurde hier schön für uns platziert. Den kriegen wir aber locker platt. Da bin ich ganz überzeugt von. Wenn es mit diesem Schiff nicht geht, dann geht es gar nicht. Und vor allem ist es ein kleines Schiff. Es ist kein M-Schiff. Das Schiff heißt nur M. Von daher sehe ich hier überhaupt keine Probleme. Vielleicht sollten wir mal den Reisemodus aktivieren. Sonst können wir auch laufen. Das ist ein kleines Schiff. Das macht ja jetzt gar nichts. Das war definitiv zu einfach. Jetzt müssen wir schon wieder zurückfliegen. Ernsthaft. Also, das ist eine... Asteroid. Das ist die Bewährung. Hoffentlich haben wir die bestanden. Gut. Es ist eine Einstiegsmission. Und trivial heißt dann auch trivial offensichtlich. Da ist ja auch erst mal nichts gegen einzuwenden. So, dass die Xenon eine Maschinenrasse sind oder von den Menschen geschaffen wurden. Das war für mich jetzt auch neu. Ich habe auch wieder was gelernt. War das jetzt schon die Aufgabe? Ne, wir müssen immer noch andocken. Wo ist denn hier nochmal das Dock-Ding? Da oben, ne? So, genau da. Gut, dann mal wieder zu Fuß drehen. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Oh, hoppla. Jetzt bin ich fast zu früh wieder rausgelaufen. Das Spiel hat uns aber trotzdem noch hergebracht. Captain. Ja, habe ich gesehen. Gute Arbeit. Ab jetzt finden Sie Aufgaben zu den Xenon in Ihrem Missionsmenü. Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir schon wieder 500.000 Credits. Nachdem wir in der letzten Folge alles für dieses Schiff ausgegeben haben. Das ist doch gut. Schauen wir mal kurz in die verfügbaren Missionen. Ja, Argonen gegen Xenon. Jetzt haben wir hier tatsächlich so ein paar, die wir machen können. Xenon bedroht Nahrungsmittelversorgung. Station benötigt Vorräte. Konstruktionsmaterialien benötigen. Ne. Spezialisten an die Front bringen. Blinde Flecken schließen. Ich will kämpfen. Ich will einfach nur kämpfen. Jagt auf Xenon-Schiff. Xenon-Geschütz, Vorstoß, Weg freimachen, Xenon-Mietenräum. Intensiv über Baumaßnahmen. Bau einer Militärbasis. Okay, gut. Leute, dann lassen wir diese Mission jetzt erstmal aus. Aktion gegen den Heiligen Orden. Ähm. Auch das nehmen wir mal an. Jetzt auch bloß, das ist auch hier auf der Station. Ne, da müssen wir mit Haris Yata sprechen und abdocken. Und jetzt fehlen wieder die Linien. Seht ihr das? Keine Ahnung warum, aber da müssen wir dorthin zu Argon Schiffswerft. Können wir machen. Also Leitsystem ist aktiviert, aber wir sehen wieder nichts. Äh, Moment. Kann daran liegen, dass ich nicht an Bord des Schiffes bin. Kann ich helfen? Äh. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht anquatschen. Ich wollte, dass du den Stuhl freimachst. So, und wir docken ab. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir die Linien sehen. Ja, jetzt sind sie wieder da. Okay. Also. Das macht mich wirklich glücklich, diese Linie wieder zu haben. Ich hab mich so an die gewöhnt. Ich liebe diese Geschütze. Wie schnell wir gerade das Schiff zerlegt haben vom Xenon, das sich jetzt zugegeben nicht gewehrt hat. Aber die Geschwindigkeit, in der wir die Hülle zerschossen haben, das hat mir schon gefallen. Definitiv. 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 ich wünsche dir diese lanes wären übereinander und nicht nebeneinander das würde es viel einfacher machen sie entsprechend anzusteuern ich kann verstehen dass so im sinne einer navigationsführung es sinn macht diese lanes nebenan anzuordnen kann man auf der map auch direkt und besser sehen ob man jetzt nach oben oder unten muss also ob die hintere oder vordere lane so argon prime wir müssen dort zum raumdok schiffswerft nicht raumdok oder machen wir das auch noch ich denke dass wir da auch ein schiffchen für zerstören müssen aber das können wir ruhig machen jetzt habe ich kurz eine pause so jetzt geht es weiter ich würde sagen wir machen das so dass wir uns einfach in der nächsten folge wiedersehen das passt jetzt ganz gut dann bedanke ich mich an dieser stelle fürs zuschauen hoffe dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal euer dr wolfserz ciao